Hallo, herzlich willkommen zu Kim Züge, dem Podcast zu invasiven Arten oder auch Brettspielen, wenn ihr es wollt. Sucht euch da das Passende aus. Ja, hallo Fenrir, wie geht's? Ja, subversives Hallo von mir. Ja, wir reden über einige Dinge heute. Tun wir das? Ja, immer. Wir reden immer über Dinge, aber zum Beispiel würde ich ja nochmal wissen, sagt dir der Name Dorfromantik was? Oder Fun Facts? Dorfromantik sagt mir insofern was, als dass ich das im Steam Summer Sale gesehen habe. Ich glaube, Dorfromantik ist das Brettspiel. Und ich habe auch irgendwann schon mal von dem Brettspiel, das war auf dem letzten Spiel, kann das sein? Das hatte ich irgendwie auf einer Shortlist mal drauf. Ja, aber was glaubst du, in welchem Kontext ich dir das jetzt nenne? Einfach mal so. Einfach mal so, einfach mal so drei Spiele. Ja, einfach mal wahllos, weil du sie gespielt hast. Ja, vielleicht, weil ich sie gerade nicht gespielt habe. Tatsächlich sind das die Kandidaten des Spiels des Jahres. Die ist ja auch schon eine ganze Weile her, seit die bekannt gegeben wurden. Ich habe das ja überhaupt nicht mehr auf dem Schirm sozusagen. Also irgendwie, was interessiert uns noch das Spiel des Jahres hier? Ja, aber ich muss immer erschreckender feststellen, dass ich jetzt nicht nur die nicht gespielt habe, sondern viele nicht mal gehört habe. Also ich bin da, ich drifte ab. Ich bin komplett raus. Also gar nichts mehr. Ich habe da seit Jahren das Problem, wenn man so will. Wobei ich jetzt tatsächlich, weil ich meinen Eltern ja immer mal so meistens zum weihnachtlichen Anlass ein Brettspiel schenke, damit die auch zumindest mal einmal im Jahr was Neues zu Gesicht bekommen. Habe ich jetzt hin und wieder, allerdings dann meistens etwas ältere Spiele des Jahres. Also King Domino war es mal. Sagrada war jetzt, glaube ich, nicht Spiel des Jahres, aber das war mal dabei. Das war das andere. Ach ja, Asul. Das waren so Kandidaten. Da habe ich dann das zumindest auch mal gespielt und die meisten davon waren auch für den Kontext eigentlich ganz gut. Dorfromantik hatte ich gar nicht als Spiel des Jahres Kandidat so im Hinterkopf. Vielleicht war das der Grund, warum ich es nicht mehr genauer angeguckt habe. Hätte ich jetzt so aus dem Bauch aus, du hattest es eher auf der komplexeren Seite. Also eher so Richtung Kennerspiel. Waren Spiele des Jahres, nicht Kennerspiele des Jahres. Nein, Kennerspiel des Jahres ist Challengers, Icky und Planet Unknown. Auch das selbes Problem. Habe ich nichts von bisher gehört. Also da sagen wir nicht mal die Namen was. Ja eben. Ja, ihr seid ja bestens, wenn ihr Infos über Brettspieler haben wollt, seid ihr hier auf diesem Kanal bestens aufgehoben. Wenn einer hier Infos hat, dann wir nicht. Genau. Wir haben hier keine Infos zu solchen Spielen. Das ist ja eben unser Problem. Die Frage ist eher, lohnt es noch? Also hast du das Gefühl, da sollte man nochmal reingucken, um mitreden zu können oder so? Weil ich habe nicht mal das Bedürfnis, die zu spielen. Wie gesagt, frag mich vor zehn Jahren nochmal. Da vielleicht eher. Also ich habe die letzten bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre, habe ich nichts um das Spiel des Jahres gegeben. Das ist, ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich will jetzt auch nicht elitär klingen oder so, aber es ist halt einfach nicht mal eine Wellenlänge-Spiel. Den bin ich, glaube ich, für mich selber entwachsen. Ich mag es halt lieber ein bisschen gehaltvoller. Weiß ich noch gar nicht mal. Vielleicht sollte ich mich ja tatsächlich wieder so ein bisschen erden und das einfach mal ausprobieren. Häufig werde ich ja auch positiv überrascht. Das muss ich ja auch zugeben. Also das sind so Spiele, wo ich sage, ach komm, interessiert nicht. Also auch hier das Cascadia, was für dich ja gar kein Spiel ist, hat mich ja durchaus insofern zumindest positiv überrascht, dass ich sage, ja okay, kann man mal machen. Das ist schon ein schönes Küsseln. Ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, dass ich sagen würde, das muss ich nie wieder am Tisch sehen. Aber jetzt mal unter uns, hört ja eh keiner zu. Ist das ein Spiel, wo du sagen würdest, hey, das möchte ich spielen, das bringen wir heute mal am Tisch? Hängt von der Gruppe ab, aber ja. Mit einer Gruppe Spieler? Nein, natürlich nicht. Also vielleicht mal doch, wenn es halt nicht so, wenn ich nicht gut drauf bin oder vielleicht ein, zwei Bier getrunken habe oder so, dann kann ich sagen... Ein schnelles Twilight Imperium oder so, aber doch nicht sowas. Ist einfach schön, einfach so ein bisschen picken, also sich was aussuchen, einpuzzeln, fertig, nächster. Und ein bisschen drauf hoffen, was wird denn da rausgezogen, worauf kann ich jetzt spekulieren und so. Also ja, ich finde es schön. Also, wie gesagt, hat mich sogar mehr überzeugt als hier der Living Forest, dass er deutlich das komplexere Spiel ist, aber irgendwie... Ja, das fand ich wiederum spannender, also... Ja, das finde ich halt da so ein bisschen belangloser. Also bei Cascadia kann ich wenigstens noch schön verschiedene Muster ineinander puzzeln. Das finde ich ja so faszinierend daran. Also vor allem, weil diese Muster sich ja ständig ändern, je nachdem, welche Karten du ziehst oder die ausrufst. Da ist es so bei Living Forest, naja. Aber okay, müssen wir auch nicht weiter drüber reden. Ich wollte es nur mal angemerkt haben, da ist noch sowas wie ein Spiel des Jahres und das wird auch noch bekannt gegeben. Ja, und vielleicht... Hören wir es ja mal bei gezockt, irgendwas davon. Wenn es vielleicht einen Titelträger gibt, dann gucke ich mir den zumindest mal an. Bei dir ist es ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass du es vielleicht dann über den Weg der Krefelder-Runde vielleicht doch nochmal zu Gesicht bekommst. Ja, die sich jetzt übrigens diesen Monat seit langem mal wieder treffen wird. Also ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann wir das letzte Mal zusammen waren. Also wir haben einmal einen Ausweichtermin bei mir gemacht. Dann halt nur mit dem schon viel erwähnten Demi. Aber ansonsten war leider nicht so viel los. Die Crowd kennt Demi doch. Ja. Ja. Demi war doch mal bei... Ja, natürlich. Wer lange Fan dieses Kanals ist. Ein Konzept, das ich übrigens nicht ganz aufgegeben habe. Aber seit Corona hat sich da irgendwie nichts mehr getan. Hat sich vieles nichts mehr getan, ich weiß. Aber jetzt erstmal meine Ausbildung abwarten und dann kann ich mir da neue Sachen... Da habe ich wieder Luft für sowas. Ja, was war denn so dein Highlight? Spielerisch oder sonst. Wenn es nichts spielerisch gab, gibt es gerne auch ein anderes Highlight. Ich mache es jetzt mal so rum. Ich nehme auch mal das Lowlight. Oh ja. Überrasch mich. Enttäuschung der 14 Tage war definitiv... Wie heißt es noch gleich? Darwin's Journey. Ich habe es mir schon fast gedacht, nach deinem doch desaströsen Abschneiden. Aber ja. Ich habe so auch so ein paar Punkte an dem Spiel, die mir nicht so ganz gefallen haben. Aber alles in allem finde ich schon recht witzig. Also warum hat es dich denn so sehr enttäuscht? Und ich habe halt gehofft, dass es irgendwie... Das ist diese Art Spiel, dass da gibt es keinen Unterschied in den Dingen, die du tust. Das ist halt... Das hat im ersten Moment, scheint es sogar relativ thematisch zu sein. Was es für mich überhaupt nicht ist. Das ist super abstrakt. Das Thema schwebt für mich da 10 Kilometer drüber. Das Problem ist, dass die Aktionen so beliebig sind. Damit meine ich jetzt nicht, was du tust. Und das ist schon sehr... Man muss schon echt gucken, was man da tut. Und da kann man also wirklich gut und schlecht spielen. Aber es macht halt keinen Unterschied, welchen der Aspekte du nimmst. Am Ende machst du damit immer dasselbe. Du schaltest damit immer dieselben Sachen frei. Also da noch was platzieren, da noch was machen. Dann gehe ich auf der Leiste weiter, damit ich auf der Leiste weiterziehen kann. Und dann komme ich da nochmal auf dem Feld, kann das nochmal machen. Also es ist alles das Gleiche. Verstehst du, was ich meine? Weiß ich nicht, ob der... Ja, im Prinzip... Aber doch nicht so. Klar, du schaltest immer irgendetwas frei, aber du schaltest ja nicht immer das Gleiche frei. Du musst dich ja schon entscheiden, ob du jetzt auf das Buchwissen gehst oder ob du da bei den Entdeckungen dir Sachen machst, die mehr Geld bringen. Wobei, gut, bei den Entdeckungen nimmst du das, was du kriegen kannst im Endeffekt. Ja, und am Ende ist es halt, weiß ich nicht, mag ich mit den Postkarten oder mit den Briefmarken oder was, dann kriege ich halt dieselben Boni, die ich auf einer anderen Leiste kriegen würde. Ich finde es halt irgendwie schöner, wenn du bei einem Spiel klare Bereiche hast. Du sagst, okay, da gibt's das. Wenn du da was machst, dann wirst du darin besser. Und zwar nur darin. Wenn ich hier den Punkt erreiche, kann ich da nochmal ein Feld weiterziehen. Dass die nicht interagieren mit einer anderen Leisten, sondern getrennt für sich irgendwas können. So wirkt das auf mich alles so beliebig. Und das ist halt, da gibt's einige Kandidaten, das machen sehr, sehr viele von den heavieren Euros. Und das ist genauso nicht meins. Also ich hab's deutlich lieber, wenn ich halt, ist jetzt fast jetzt vielleicht nicht so zum, weiß ich nicht, die Briefmarke, wenn ich da hingehe, dann krieg ich per se mehr Geld, keine Ahnung, warum auch immer. Wenn ich mich aufs Museum konzentriere, dann krieg ich per se mehr Siegpunkte daraus. Wenn ich das mache, krieg ich per se, dass ich halt irgendwie so eine Strategie mir überlegen kann, schrägstrich muss, wo mache ich was, wie weit, bis wohin bringt mir das noch was zu meiner Strategie. Und so ist es halt einfach, ja, mach das Maximum, was geht, auf allen Sachen, weil das bringt dich, wenn du da weiter bist, auch da weiter. Und die interagieren mir zu viel, die Leisten miteinander. Und zwar so wahllos gefühlt. Wahllos würde ich jetzt nicht sagen. Also klar kannst du dann durchaus sagen, wenn du auch, das kannst du auch thematisch sogar irgendwie erklären, je nachdem, also diese Briefmarken stehen ja für Post, die du in die Heimat schickst, also Berichte. Ja, aber es ist doch, die Boni sind doch beliebig. Dann kriegst du, ne, dann gibt's den, 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 den Bonus. Es ist nichts, was du jetzt nur bei den Briefmarken kriegen würdest. Jeden der Boni, den kriegst du auch woanders auf dem Feld. Ja klar, stimmt schon. Das meine ich, ne. Das sollte nicht, es gibt nicht den einen Bonus, der mit den Briefmarken verbunden ist. Oder den einen Bonus, der mit, also vielleicht sollte man kurz erklären, worum es eigentlich geht. Also im Grunde, man segelt halt mit seinem Schiff der Beagle hinterher und kann immer, wenn man gewisse Grenzen überschreitet, Inseln erforschen. Inseln erforschen bedeutet, man zieht auf einer Leiste der Insel entlang, kann auch manchmal verschiedene Abzweigungen nehmen, kommt dabei an bestimmten Stationen aus, wo man zum Beispiel ein Tier erforschen kann. Also, ich grätsch mal reisen. Das Ganze ist ein Workerplacer, um es für die ganz unbedarfe, die das gar nicht kennen. Also, man setzt quasi die Worker auf Einsatzfelder und das ist dann eben auf der Insel entsprechend viele Felder weiterrücken. Das ist auch ein mehr oder weniger linearer Fahrt mit ein paar Abzweigungen, die die hinterher wieder zusammenführen. Oder mit dem Schiff weitersegeln. Da reicht man eine neue Insel, kommt da wieder ein Entdecker, auf den man dann auch, also mit dem man mit der Bewegungsaktion wieder weitersegeln kann. Ja, ansonsten schickt man noch Briefe in die Heimat, hat ein paar einzelne besondere Einsatzfelder, die ich jetzt nicht alle erklären will. Also, du kannst auch im Museum Sachen ausstellen und so. Und du kannst deine Arbeiter upgraden. Da soll ich da so den groben Rahmen abhalten. Und der Witz ist, ich finde, es fühlt sich halt sehr un-Workerplacig an. Für mich persönlich. Also, ich fühle da den Workerplacer nicht wirklich drin. Ja, aber ich fühle den nicht. Das ist ja manchmal auch subjektiv. Ich fühle den halt voll nicht. Ich finde es super geil mit der Idee, dass man die Worker upgradet. Das muss man im Spiel echt lassen. Das ist eine großartige Idee. Aber das finde ich zum Beispiel macht selbst das... Ach, da steht es wohin. Chimera Station. Selbst das macht das deutlich besser, finde ich noch. Weil es ist halt super random, was zur Verfügung steht, um die auszubessern. Und vor allen Dingen, ich fände es wesentlich, wesentlich besser. Weil im Grunde brauchst du ja eine gewisse Farbkombination. Also, die Farben stehen... Also, man packt so farbige Wachssiegel an deren Fähigkeiten, die halt für bestimmte Bereiche stehen. Und ich fände es zum Beispiel wesentlich cooler, wenn du, weiß ich nicht, einen Segeltypen hast. Und du ziehst halt so viele Felder weiter, wie der zum Beispiel Fähigkeit segeln hat oder so. Wenn also die Fähigkeit, die der hat, irgendwie das Outkommen... Ja doch, doch. Es ist halt, wenn es aufgedeckt ist, also wenn es freigeschaltet wurde, kannst du damit die stärkere Aktion machen. Aber das ist halt eine ganz schwache, ganz billige Variante von dem, was ich gerade meinte. Stimmt schon. Also, erstmal das Upgraden funktioniert so, dass die verschiedene Plätze für Upgrade-Punkte haben. Und da kauft man dann aus einer zufälligen Auslage farbige Siegel rein. Und die Siegel, wie du schon sagtest, stehen ja halt für gewisse Bereiche. Und dann muss man eben zwei rote Siegel haben. Das war ein Rot nochmal. War das das Laufen? Ne, Grün war Laufen. Grün war Insel erforschen. Genau. Blau war Segeln. Rot war das Upgraden. Genau. Das Rot war das Upgraden. Genau. Und dann gab es noch hier Briefe schreiben. Und dann erfordern diese einzelnen Einsatzfelder eben eine gewisse Fähigkeit von diesem Arbeiter. Und die Einsatzbereiche kann man halt noch mit neuen Einsatzfeldern bestücken, die dann eben noch besser sind. Wo du dann also schon wirkliche Spezialisten brauchst, um das überhaupt besetzen zu dürfen. Wobei man dann immer noch mit so temporären Punkten das ausgleichen kann. Also man ist so nicht gern. Aber ich finde halt das größte Manko dieses Spiels ist eben, dass diese Auslage zufällig ist. Und ich weiß nicht, wie viel Schmutz ich an den Fingern hatte diesen Tag. Ich habe einfach keine blauen Siegel gezogen. Das war schon ein Hexenwerk wirklich. Also ich habe irgendwie nur drei oder so im ganzen Spiel gezogen, glaube ich. Und die hat alle Kim gekriegt. Die habe ich mir auch alle gleich gesichert. Das muss man dazu sagen. Ja, aber das kann es doch nicht sein. Wenn du deinen Arbeiter ausbildest gezielt, dann solltest du doch irgendwie... Ich frage mich, warum da überhaupt so ein Zufallsmechanismus rein soll. Und warum man die nicht sagt, ja, ich will jetzt hier den daraufhin ausbilden. Klar, du hast noch dein persönliches Ziel da für die einzelnen Arbeiter. Wenn du das erreichst, da kann man sagen, ja gut, wenn du das jetzt frei wählen könntest, dann klar. Aber du pulverst ja auch Ressourcen da rein. Also, dass dann zumindest eine Grundauslage immer fix ist und dann nur der Rest zufällig. Oder irgendeine, wie ich schon vorgeschlagen habe, wenn halt eine Farbe nicht dabei ist beim Nachziehen, dass dann wieder alles zurückkommt und nachgezogen wird, bis jede Farbe wenigstens einmal irgendwo in der Auslage ist. Also das soll das Mindestmaß sein. Das ist häufig genug vorgekommen, dass gar kein blaues Siegel zur Verfügung stand. Wir eignen uns Prozente des Spiels. Ja, und selbst wenn die neu nachrücken, die sind ja dann auch super teuer. Also je weiter die unten sind, desto teurer werden die rücken dann immer nach oben nach. Oberste wird immer reigeräumt, kennt man ja das Prinzip. Dadurch wird es billiger. Aber generell hast du viel zu wenig Geld in dem Spiel. Also das ist nur frustrierend. Denn du musst ja immer, nicht nur wenn du denselben Bereich, sondern dasselbe Buch, also die Aktionen segeln und über die Insel ziehen, sind zum Beispiel in einem Buch untergebracht. Und egal, ob in dem Buch einer steht. Im Drei-Personen-Spiel. Vorsicht, wir haben es im Drei-Personen-Spiel gespielt. Im Vier-Personen-Spiel ist das dann tatsächlich auf Seiten beschränkt. Finde ich aber schon schlimm genug. Also dass du da immer noch eine Strafe zahlen musst. Wenn du das sagen könntest, ja, ist halt ärgerlich, aber dann zahle ich halt das Geld. Aber das Geld kriegst du ja gar nicht so einfach. Sodass du häufig dann da stehst und gar nichts so großartig machen kannst. Außer dir, ich hole mir mal zwei Geld mit dieser einen Aktion. Also ich möchte sagen, der Große würde sagen, das ist maximal unfluffig. Maximal unfluffig, ja, okay. Also mir hat es deutlich gefallen, hat schöne Aspekte. Aber ich würde auf jeden Fall da nochmal mit Hausregeln ran. Also ich frage mich echt, was die Leute geritten hat. Vielleicht haben die in ihren Testspielen nie so ein Pech gehabt, dass diese Siegel... Das wird, wo man sich dachte, ja, wird schon immer irgendeins vorkommen oder so. Aber... Ich weiß auch nicht. Ja, es gibt, wie gesagt, für mich hat das Spiel deutlich mehr Kritikpunkte als positive Aspekte. Eigentlich im Grunde, so vom Spielflow her, das einzig Positive, wo ich wirklich uneingeschränkt sagen würde, das ist eine gute Idee. Das Thema ist schön, auch wenn es da nicht wirklich gut umgesetzt ist. Und die Idee des Upgradens der Worker, das finde ich eine sehr, sehr gute Idee, sollte man häufiger in gut sehen. Ansonsten ist es halt einfach, das Spiel ist halt komplett überfrachtet mit Dingen, die... Und da musst du noch was und da noch was und am Ende kommt alles in den selben Topf und es ist halt einfach nur ein... Find das Maximum, was du in dem Zug rausholen kannst. Das ist halt... Mir fehlt da so der Aspekt des Spielens mit... Ich probiere mal was, ich möchte da mal was machen. Es ist halt einfach nur... Ja, du musst halt gucken, was gerade geht. Und da musst du halt gucken, gibt es da Kombos, die du machen kannst. Wenn das geht, dann kannst du automatisch das mitmachen und dann geht da vielleicht noch mehr. Also das Maximum jedes Mal aus dem Zug rausholen. Das haben natürlich viele Spiele als Grundidee. Aber ich finde, bei dem ist es halt so Selbstzweck. Das wirkt für mich nicht homogen alles. Also das war tatsächlich ein echter Griff ins Klo, wie ich finde, das Spiel. Muss ich so hart sagen. Ich hätte es gern gemocht. Ich war sehr euphorisch beim Reingehen und bin hart auf der Spielmechanik gelandet. Ja, mit der Fresse in die Spielmechanik. So sieht es aus. Ja, ist tatsächlich so. Also ich war auch leicht enttäuscht, aber nicht so sehr wie du. Und ich finde, man kann das durchaus fixen. Das hat einfach zu viele zufällige Elemente, wo ich mir denke, das muss nicht sein. Aber gut, kann man mal machen. Und wie man schon sagt, das gilt ja für alle dasselbe. Aber ist halt schon, ist eben nicht so. Weil du eben, wenn du zum Beispiel auf der, wenn keine blauen Siegel ausliegen und du wirklich mit der normalen Schiffsreisenaktion nicht weiterkommst, dann ist halt der eine, der vielleicht dann über eine Bonusaktion die Schiffsreise machen kann, natürlich umso mehr belohnt. Ja, ist natürlich auch zum Beispiel, wenn du, haben wir gar nicht erwähnt, du kriegst ja auch noch ganz, also kannst noch Punkte darüber machen, dass du bestimmte Ziele erfüllst. Und das sind unter anderem dann bestimmte Anordnungen, beziehungsweise Farben, die dein Charakter haben muss. Oder einer der Charaktere. Also sprich, besondere Fähigkeiten, die Angriff sammelt hat. Und das ist natürlich super praktisch, wenn das mit dem kollidiert, was zum Beispiel eine teure Spezialaktion auf dem Feld, die man da quasi erforschen kann sozusagen, dass man die freischaltet. Und wenn du natürlich, teilweise haben die echt absurde Anforderungen, was man haben muss am Worker, damit man die benutzen kann. Und wenn das natürlich dann auch zu dem passt, was du sowieso mit dem machen musst, um Punkte zu kriegen. Ist natürlich Win-Win-Win-Win-Win. Eben, also tatsächlich, ja, muss ich da recht geben. Ja, man kann das Spiel sicherlich fixen, aber ich finde, da muss man schon echt mit der großen Schere da dran. Also ich finde, mir würde es nicht reichen, einfach nur zu sagen, ja, ich mache die Auslage für die Upgradinger fix. Also ich hätte da noch so vier, fünf andere Punkte, die ich mindestens genauso fixenswert finde. Ja gut, du kleiner Fixer, du. Ja, fixen mit der großen Schere, das könnte auch ein schöner Folgentitel sein. Ja, dann ist das also quasi dein, nicht Top, sondern dein Downer, dein Flop der 14 Tage. Okay, ja, hast du denn ein positives Ereignis dem entgegenüber? Der Mark im Hammer gespielt. Ja, das war auch nicht so, also das war, ich muss sagen, auch die Runde mit dem Stefan zusammen, auch immer absolut schön, nice, also gar nicht die Gruppe selber. Aber auch das Arkham hat mir jetzt auch nicht, ich habe mich auch nicht vom Hocker gerissen. Also da haben wir schon bessere Partien gespielt. Die hat sich auch nicht so gut angefühlt, also vom Feeling her. Ja, das mag vielleicht auch daran liegen, dass hier Grozi nicht so viel Zeit hatte und mittendrin dann aufbrechen musste. Ja, vermutlich das, dass man eh schon so mit der Gewissheit reingegangen ist. Eigentlich haben wir gar nicht genug Zeit, das zu spielen. Und dann lief es halt nicht gut, eine große Runde, es waren halt fünf Leute. Das ist auch nochmal eine andere Sache, als das zu dritt durchzuzocken. Das dauert ja alles auch immer ein bisschen länger. Und dann zieht sich es eben. Ja, und war natürlich nicht schön, aber ist für mich jetzt auch kein, ich glaube, es ist halt einfach nur eine Erkenntnis, dass ich in Zukunft das Spiel nur auf den Tisch bringe, wenn wirklich auch Zeit dafür ist. Und zwar nicht nur so knapp kalkuliert, sondern ausreichend, klar. Wenn man sie durchhechtet, kann man es schaffen vielleicht, aber nicht mit fünf Leuten. Da muss man auch immer realistisch sein. Spielerzahl erhöht natürlich auch die Spielzeit da. Klar, dann muss man auch die ganzen Ereignisse einzeln abhandeln, jede Runde. Auch das Ziehen aus dem Sack und abhandeln. Na klar, das dauert alles. Ja, ansonsten, Was will ich denn jetzt hier? Mein Highlight. Was ist denn das? Ich habe Bitoku gespielt mal wieder. Das möchte ich mal als Highlight rauspicken. Ich habe es endlich geschafft, mein eigenes Bitoku auszupöppeln und auf den Tisch zu bringen. Und mittlerweile bin ich auch dabei, das alles wunderbar schön in einzelnen Pappschächtelchen zu verpacken. Das Spiel hat so unwahrscheinlich viel Zeug, dass das mit den Plastiktüten gar nicht so ordentlich zugeht, habe ich festgestellt. Also da musst du schon ein wirkliches Verpackungskonzept haben, dass das dann auch schön, ohne dass zumindest die Schachtel sich wölbt. Irgendwann wird auch das Sortierprinzip mit diesen Plastiktütchen nicht mehr wirklich zu einem Sortierprinzip, sondern einfach nur zu einem Chaos. Ja, ja, nervt mich auch. Klar, wenn es so unübersichtlich einfach nur ein paar Sachen da reingeknallt, sozusagen, klar, die sind dann verpackt, aber wenn du die dann sowieso alle auch nochmal da rausholen musst und dann auf dem Spielplan ausbreiten und so, dann hast du nicht so viel gewonnen. Aber ich muss sagen, da ist mein Konzept jetzt auch nicht viel besser. Das verstaut das Material nur platzsparender. Also quasi, dass dann die Pappteile wirklich komprimiert, aufeinander gestapelt in den Schächtelchen sind und nicht da wild in die Tüte durcheinander fliegen. Dadurch lassen sie sich deutlich besser aneinander brusseln. Ich finde aber auch, bei sowas ist es auch durchaus hilfreich, weil ich finde gerade solche Sachen, die gehen ja auch häufig, hast du dann, dann willst du keine Riesentüte dafür nehmen, weil das ist auch immer Luft, die du mit einschließt und so. Wenn die zu klappt kalkuliert sind, ist das aber auch wieder eine Riesenfrickelei, die da rein und raus zu kriegen. Luft in Tüten kann man sehr gut rauspressen, dann die Tüte in sich rumwickeln und so, dann ist das schon etwas komprimiert. Aber es soll ja gar nicht uns verpacken gehen, Jammann. Wir wollen ja über das Spiel reden und das ist einfach verdammt geil. Also ich finde es wirklich schön, es wird seiner Boardgame-Geek-Komplexitätswertung, glaube ich, nicht gerecht. Also ich halte es nicht für so heavy, wie es da vielleicht auch immer angemerkt ist. Es ist eigentlich ein sehr fluffiges Spiel. Also was kann man auch richtig schön runterzocken, so ein schöner Punktesalat, der jedem schmeckt, wo man hier und da... Ich bin ja nicht so der Salattyp, muss ich sagen. Ja, ich schon. Ich bin der volle Salattyp, auch gemischter Salat. Immer schön. Man muss natürlich auch immer gucken, was gerade ausliegt. Denn wenn jetzt hier der Stein ausliegt, also man kauft sich während der Spielzeit so Punkte für die Endwertung, also Ziele für die Endwertung. Also da liegen die halt aus. Jeder hat schon mal einen zum Spielbeginn und dann kann man das noch erweitern. Und dann gibt es halt Punkte für rote Gebäude, die du gebaut hast. Wenn du merkst, okay, da sind jetzt sehr viele in der Auslage, dann kann ich mir den mal sichern. Oder Geister, die du dann erwirbst bei dir. Also man kann auf verschiedene Bereiche gehen. Du kannst nie in allem perfekt sein. Habe ich zumindest noch nicht so festgestellt. Da muss ich schon auf gewisse Bereiche konzentrieren. Und dann... Ja, dann gibt ihm das optimal rauszuholen. Klar, da sind schon ein paar Kniffe. Manchmal ist Timing entscheidend. Dass man eben gerade, weil du kennst ja diese Regel, ich habe es ja hier vielleicht schon mal gesagt, ist ja auch ein Workerplacer, ein Diceplacer in dem Fall, wo allerdings nicht gewürfelt wird. Sondern da ist auch nur die Wertigkeit durch den Würfel dargestellt. Wir beginnen mit einem fixen Wert. Also 3, 2, 1. Du kannst dann hinterher Ressourcen erwerben, die diese Würfel wieder aufwerten. Und durch exzessiven Gebrauch nutzt du dich sozusagen ab. Also die Geister, das steht halt für mächtige Geister. Das haben japanische Namen. Ich kenne leider auch nicht alle. Aber wenn du halt gewisse Aktionen mit denen machst, verlieren die an Macht. Und dann muss man die halt irgendwann wieder aufladen sozusagen. Sonst kannst du halt nur eine nicht billige Aktion machen. Sondern die Regel ist halt da, wenn du in einem Bereich einsetzen willst, musst du die Würfel die gleiche oder eine höhere Zahl haben, als der Würfel, der schon da ist. Kennt man. Du bist noch da, sag mal was. Ja, ich habe die ganze Zeit im Kopf. Ich habe auch Bitumen gestrichen, aber... Ha, 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 ha. Das Problem ist, wenn du immer über das Spiel erzählst, ich bin so ambivalent bei dem Spiel. Ich habe es ja noch nie gespielt. Ich weiß nicht, bestimmt spielerisch... Das Thema, es gibt... Selten hat mich ein Thema so abgeschreckt beim Spiel. Kann ich ja sehr gut verstehen, aber... Das ist echt so fast schon das... Japanische Naturgeisterwelt, für alle, die wir es nicht kennen. Und zwar in allen möglichen Varianten. Du hast halt... Koda? Kodai? Yokai, genau. Das sind deine Spielkarten. Das ist nämlich auch so eine Mischung aus Deckbilder und Workerplacer, wobei der Deckbuilding-Aspekt sehr marginal ist. Aber du hast ein schlankes Deck. Das ist schön. Du hast halt fünf Karten, mit denen du beginnst. Und solange du halt fünf Karten hast, kannst du in jeder deiner vier Runden am Ende... Also vier Runden werden gespielt. Dann kannst du immer eine Karte sozusagen aus dem Deck verbannen. Solange du mindestens fünf hast. Also vier musst du am Ende dann noch haben. Und dann gibt es halt Punkte dafür. Also je nachdem, so eine Startkarte gibt es halt drei Punkte. Aber wenn du halt eine aufgewertet, so eine schönere Karte gekauft hast, dann gibt es dann halt zwei Punkte für jedes Gebäude, das gebaut hast. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Wahrscheinlich sind die auch farblich nochmal kodiert, also nur für rote Gebäude. Oder was auch immer. Wie viele Torei du besucht hast. Und solche Dinge. Ich bin gerade wieder abwesend. Ja, das hat so unwahrscheinlich... Vielleicht hat es deswegen die hohe Komplexitätswertung gekriegt, weil es so unwahrscheinlich viel verschiedenes, klein fusseliges Zeug hat. Aber im Prinzip setzt du drei... Also du spielst drei Karten in deiner Runde. Das ist halt eine Aktion. Da sind halt Aktionen drauf. Und du setzt drei Würfel ein. Und du kannst diese Aktion machen, über den Fluss zu gehen. Das heißt, den Würfel schwächen und dann auf der anderen Seite nochmal was machen. Und damit aber auch gleichzeitig den Platz auf der Seite, wo du weggegangen bist, wieder frei machen. Und deswegen ist es auch Timing entscheidend, wann du mit welchem Würfel wo reingehst, wann rübersetzt. Weil solange dein Sechser-Würfel da irgendwo sitzt, blockiert dann natürlich das Feld. Wenn du dich entscheidest, rüber zu gehen, dann ist das wieder frei. Aber vielleicht, wenn du es als letztes machst, hat der andere gar keinen... Oder die anderen haben dann gar keine Würfel mehr, die sie einsetzen könnten. Die mussten sie dann woanders unterbringen. So kann man dann halt fies blockieren und Dinge tun. Ja. Aber schön, also... Ja, ich glaube, wir sollten das einfach mal spielen. Ist ja auch immer ganz provokant. Ich glaube, ein Spiel mit dem Titel Slave Root Magnate fände ich immer noch attraktiver vom Thema her als das. Aber... Gott, man kann es ja ausblenden. Ich hoffe, es geht. Ja, ja. Also, ich finde es einfach schön, auch jenseits des Themas. Weil es einfach so viel... Da kannst du wirklich gucken, wo gibt es Punkte. Du bist nicht wirklich ausgeliefert. Das ist auch mit dieser Rehe. Du kannst immer noch was anderes machen. Du kannst vielleicht nicht deinen Wunschzug machen, aber es ist nicht so... Oder ist zumindest bei mir noch nicht vorgekommen, dass du jetzt deine Würfel nicht hättest einsetzen können. Also, dass man mal eine Runde seinen Würfel hat stehen lassen müssen. Kann es aber theoretisch geben. Vielleicht ist das im Vier-Personen-Spiel dann auch noch eher. Aber die Anzahl der Einsatzfelder erinnert sich an. Du hast halt im Drei-Personen-Spiel zwei pro Station, im Vier-Personen-Spiel drei. Aber mit dieser Regel, mit den Würfelzahlen kann natürlich dann durchaus sein, dass da schnell Schicht im Schacht ist. Aber wenn man das einmal gemerkt hat, dass die anderen da gerne blockieren, dann muss man halt als erste Aktion sich so Sachen sichern. Es gibt dann immer so kleine Kniffligkeiten oder kleine Tricks, wo man eben zuvor kommen kann. Zum Beispiel, dass man sich irgendwas besorgt, dass man Würfel schneller freischaltet. Der Mechanismus ist halt so, am Anfang sind diese drei Würfel noch gesperrt. Erst musst du halt in so einem Slot eine Karte gespielt haben als Aktion. Dann machst du halt das mit der Karte und dazu gehört auch, den Würfel zu aktivieren. Es gibt aber auch Sonderaktionen, wo du Würfel aktivieren kannst, ohne deine Karte in den Slot gespielt zu haben. Dann bist du einfach schneller am Start mit dem Einsetzen. Also es gibt halt so wahnsinnig viel Zeug, was man so machen kann. Du hast halt auch da viele Leisten. Also da geht es im Prinzip aber auch nur darum, wer ist am Ende vorne. Aber da kannst du halt mit gewisser Aktionen in diesen Leisten halt deine kleinen Marker voransetzen und andere auch eventuell zurücksetzen. Und für alles gibt es im Prinzip Punkte. Also es gibt auch viele, richtig viele Punkte. Also über 100 zu kommen ist kein Ding. Und wir probieren es einfach mal aus. Vielleicht wirst du also schlimmer als Darwins Journey wird es nicht werden. Das kann ich ja schon mal versprechen. So schlimm. Ich sage ja nicht schlimmer. Das hast du ja auch gespielt und durchstanden. Insofern, das wird schon. Ich muss auch sagen, Darwins Journey ist jetzt nicht, ist jetzt kein kompletter, total ausfallen. Ich würde es nie wieder spielen. Aber es ist halt, das ist Erwartungshaltungsmanagement. Wenn man mit hohen Erwartungen reingeht und dann ist es halt wirklich so ein mittelmäßig at its best Spiel, dann schade. Ja, kann ich verstehen. Ansonsten habe ich jetzt aber noch meinen Flock zu nennen. Wenn wir noch Zeit dafür haben. Ansonsten könnten wir natürlich auch kurz Werbung machen. Sollen wir kurz in die Werbung schalten? Machen wir doch mal kurz Werbung. Jetzt folgt ein Spot von unserem Sponsor. Oder auch nicht. Ja, da sind wir ja wieder zurück. Wunderbar aus der Werbeunterbrechung. Genau. Oder auch nicht. Je nachdem, wo und wie ihr das hört. Vielleicht habt ihr ja gar keine Werbung gehabt. Ja, wir... Hatten wir etwa Adblocker? Gönnen die uns die drei Cent nicht? Ich glaube nicht, dass Spotify immer Werbung schaltet. Ach ja, wir sind ja ein Podcast. Entschuldigung. Das ist Zukunft. Da kenne ich mich nie mit aus. Das ist ein Podcast-Vergangenheit, aber ist egal. Nein, sind sie gar nicht. Das Medium erfreut sich großer Beliebtheit. Ich weiß, eigentlich absurd, weil eigentlich hat das Video den reinen Audio ja eigentlich mal abgelöst. Den Audio. Das Audio-Format mal abgelöst und ist wieder back on track. Ja, weil halt für gewisse Formen der Unterhaltung ist das eben nicht unbedingt nötig. das Video zu haben und manchmal sogar hinderlich. Schau dir unsere Gesichter an. Wer will das sehen? Ja, niemand. Das will niemand. Ich bin ja auch so ein Kandidat, wenn ich Auto fahre. Ich habe... Eigentlich habe ich noch nicht mein Autoradio. Ich habe halt in der Regel mein Handy laufen und YouTube meistens dann an. Wenn ich nicht gerade zufällig irgendwie, weiß ich nicht, drei Fragezeichen höre oder sowas. Und habe dann halt ein YouTube-Video laufen als Audio. Das ist halt auch relativ... Nehme mal an, nicht gekoppelt über deine Unterhaltungsanlage im Auto, sondern einfach das Handy. Ich habe erwähnt, dass ich ein Auto Baujahr 1998 glaube ich fahre. Okay, okay. Dann, klar. Aber ja... Das ist ein Kassettendeck. Wow. Ich weiß nicht mal, ob unser überhaupt ein CD-Spieler hat. Aber könnte es sein. Könnte sogar sein. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe da noch nie einen reingesteckt. Aber tatsächlich, wenn ich kein Radio hören will, dann eben Musik über das Handy mit Bluetooth und so. Schöne Sachen möglich. Aber darum soll es jetzt auch nicht gehen. Es soll um Spiele gehen. Und mein Flop der 14 Tage... Ich will es jetzt nicht so als großen Flop, aber die Erkenntnis, dass ich im Grunde Counting the Game spiele, das war so eine bittere Erkenntnis, die mir so ein bisschen die Laune gedrückt hat. Also, es geht um ISS Vanguard. Ein grandioses Spiel, wie ich finde. was leider nur so wahnsinnig viel Verwaltungsaufwand hat, dass es ja, einem die Lust so ein bisschen vergehen kann. Also, das ist auch wieder so ein Fall, da hat man sehr viel ins Spiel reinbringen wollen. Und wie mir so schon mal gespoilert wurde, da kommt noch mehr. Aber für alle, die es nicht wissen, da hat man ja die Besatzung eines Raumschiffes, das eine Anomalie im Weltall entdeckt hat und die dann erforscht. Thematisch, ohne zu viel zu verraten. Dazu schickt es aufgetaute Crewmember, aus dem Crewschlaf erwachte Crewmember, in kleinen Bodenteams, jeweils so Planeten oder sonstigen Formationen und die erkunden dann da. Und das ist auch der Kernaspekt des Spiels. Da ist so ein Team aus vier Leuten, die laufen da rum und erkunden und machen Dinge. Aber bis es soweit ist, muss man halt Sachen verwalten. Und ich habe jetzt diesmal die Zeit gestoppt, wie lange das gedauert hat, also mit Aufbau und allem drum und dran, bis man dann wirklich mit den Figürchen über das Spielfeld huschen durfte. Rat mal. Eindeutig? Genau, genau. Ich war jetzt großzügig und habe ein bisschen was abgezogen, aber im Prinzip kannst du von anderthalb Stunden ausgehen. Bin ich gut oder was? Ja, wo dann wirklich nur darum geht, erstmal dein ganzes Zeug zu erfassen, was du da eingesammelt hast, mir damit dann neue Sachen zu erforschen, Sachen dann eben auch zu bauen und dann Probleme, die es dann gibt, die bestehen, also sind auch ganz witzige, auch sehr realistische Sachen, sondern irgendwie, dass Leute sich irgendwie die Energie von deinem Schiff abzwacken, also deine Crewmember, um hier irgendwie Unterhaltungselektronik zu betreiben und solche Dinge oder illegal irgendwie Drogen herstellen und wenn du dich nicht darum kümmerst, dann führt das halt zu Problemen. Du kannst also immer bei diesem Problem sagen, ja gut, lass ich durchlaufen und nehme die Folgen hin oder du schickst halt Crewmember sozusagen los, die sich darum kümmern, die sind natürlich dann nicht mehr im Pool derjenigen, die auf dem Planeten landen können, die haben ja schon was zu tun für die Runde sozusagen und auch andere Dinge. Aber all dieses so aufgekumuliert dauert halt eben seine Zeit und ja, kleiner Wermutstropfen, denn ich finde es, also der Teil macht mir eben nicht so großen Spaß. Klar, die Entscheidung da zu treffen ist schön, wäre aber viel schöner eigentlich, das ist sowas wieder so, wo das halt zu sehr ins Videogamige abdriftet. Zu kleinteilig, wenn du es mit ein paar Klicks erledigt, ja hier, forsch das, mach das. Oh ja, die Sachen warten jetzt noch zwei Runden auf die Produktion, also auf Produktionsfertigstellung und so weiter, dann gut. Aber da ist es halt so, wenn du Sachen entwickelst oder produzierst, dann hast du da, du hast ja diese Karten, die du dann so in diese Bögen steckst, in deinem Ringbuch und die rutschen dann quasi immer pro Spielsitzung ein Feld weiter und wenn die halt rausrutschen, dann sind die fertig. Starten auch nicht alle auf dem letzten Feld, je nachdem, und dann einige auch auf dem ersten und so weiter. Genauso sind die Leute auf der Krankenstation, die heilen, je nachdem, wie schwer die verletzt sind, kommen die halt weiter nach links und dann rutschen die jede einzelne zapp raus immer ein Feld weiter. Wenn die rausrutschen, sind die wieder gesund, können wieder mitspielen. Ja, das sind so Dinge, die klicke ich selbst bei Computerspielen irgendwann, wenn die mich zu sehr nerven, einfach nur so im Schnelldurchgang durch, so, ja komm, ist egal, mach, 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 ich will anfangen so ungefähr, ne? Ja, da muss man halt einfach sehr viel Geduld mitbringen, so, dann kommt natürlich die Spielsitzung, die auch entsprechend lange dauert, je nachdem. Dieses Mal war es relativ fluffig und flott, also hat mich echt überrascht, wir haben aber nicht eine riesige Katastrophe ausgelöst, wir haben einfach nur einen Planeten erkundet, klar gab es ein, zwei Schwierigkeiten, aber gar nicht mal so sehr und es gab auch keine dramatische Rettungsaktion wie beim letzten Mal, wo man irgendwie haben wir irgendwelche, jetzt nicht zu viel Spoiler, hört weg, wenn ihr das schon noch spielen wollt, da haben wir irgendwie so kleine Krabbelfiecher aufgeschreckt, die dann erstmal so uns erst ignoriert haben, aber immer aggressiver wurden, hinterher mussten wir dann quasi auf eine Klippe klettern und uns dann mit einer waghalsenden Aktion noch mit letzter Kraft auf so einen Landungspunkt retten und dann hat sich noch einer irgendwie geopfert und ist mit so einem Zeug, was wir da gefunden haben, da nochmal runtergesprungen, weil das irgendwie die angezogen hat, um die dann abzulenken und das war dann so eine Situation, ja, Roll, mach eine Probe, wenn du die nicht schaffst, bist du tot. Geht auch schnell, weil es ist halt so ähnlich wie bei Kingdom Death, der einzelne Charakter spielt ja nicht so die Rolle, die werden sowieso irgendwann mal sterben, sich zur Ruhe setzen, sonst was machen, also klar. Menschen halt. Ja genau, du kriegst halt immer neue dazu, du gradest die ab, ist auch schön, dass die das können, dann haben die natürlich mehr Zugriff auf Würfel, habe ich dir ja erzählt, dass du da, jede Fraktion hat so ihren eigenen Würfelpool, an Spezialwürfeln, die du dir immer nahrzugkaufst und entscheidest das dann auch, sind auch nicht für die Fraktionen zugeordnet, also es gibt einen großen Pool, da können sich alle was rauspicken und dann kannst du dann halt die auf eine Richtung hin voll spezialisieren oder eben so sehen, dass die in möglichst vielen Situationen zurechtkommen, aber je nachdem, welchen Rang das Crewmitglied hat, kann es nur eine gewisse Anzahl an Würfel überhaupt mitnehmen auf dem Planeten, also in den Pool. Deswegen möchte man die natürlich auch aufleveln lassen und das ist natürlich bitter, wenn halt ein großer Charakter stirbt, haben alle geschafft, klar, du kannst natürlich auch noch die Würfelproben dann ein bisschen unterstützen, wenn alle am Ort sind und Karten spielen, die dann vielleicht nochmal neu würfeln lassen und sonst was. Aber das war das letzte Mal tatsächlich richtig entspannt, muss ich sagen. Also so richtig schön einfach auf den Planeten gehen, Proben sammeln, das macht man sehr häufig da, also dass man irgendwelche Entdeckungen sammelt, dann kriegt man Sachen raus, über die, was da überhaupt los ist oder eben auch, kann man das Zeug benutzen, um neue Sachen zu entwickeln, neue Technologien und dergleichen. Also ein sehr großes Spiel, ein sehr gutes Spiel, also da muss man natürlich Bock drauf haben, aber es ist also so ein richtig weiträumiges Kampagnen-Spiel mit vielen, vielen Möglichkeiten. Ja, aber es dauert eben seine Zeit, das ist so das große Problem. Zwischen den eigentlichen Spielsitzungen ist halt viel, viel Verwaltungskram. Es ist halt so MMO-Rollenspiel. Rollenspiel relativ knapp. Wir haben natürlich alle ihre Sonderfähigkeiten und so. Also nicht hier Pen & Paper, sondern halt so eigentlich. Wir haben auch keine, da hat sogar hier Avalon, also Tainted Grail, sorry, hat da mehr. Da hast du ja sechs wirkliche Attribute, die du einzeln steigerst bei den Charakteren. Da ist einfach, da hat jeder eine Fähigkeit und so eine, also erstmal so eine Text-Sonderfähigkeit, je nachdem, weiß ich nicht, wenn einer sich bewegt, darfst du ja das ausgeben und dich direkt mitbewegen oder sowas. So kleine Dinge eben, und jeder hat ein Symbol, das sozusagen, also wenn du so ein neutrales Symbol würfelst, sag ich mal, dann ist das halt je nach Charakter was ein anderes Spezialsymbol. Wenn ein Upgrade ist, gibt es sogar zwei. Also du kannst erstmal im Rang aufsteigen und dann das persönliche Ziel des Charakters sozusagen erfüllen und den dann so noch besser machen. Ja, habe ich bisher bei einem geschafft. Ich hoffe mal, der überlebt noch lang genug, dass ich es noch nutzen kann. Ja, eine schöne Sache. Also es macht auch Spaß, dann nach und nach rauszufinden, was da eigentlich so vor sich geht, wem dann da auf der Spur ist und so und was das alles soll. Aber Du erwählst es ja gerade als Flop. Flop ist nur die Erkenntnis, ja, nein, nicht als Flop. Es ist kein Flop, auf gar keinen Fall. Nein, aber dass du mehr Verwaltungsaufwand hast als Spiel. Auch nicht. Das Spiel dauert ja auch nochmal so lange oder länger. Aber dass es eben so lange dauert mit der ganzen Verwaltung und dass man dann nicht schneller loslegen kann. Aber das ist einfach nur eine bittere Erkenntnis. Das war so, der kleine Downer in den 14 Tagen, dass sich dann irgendwann tatsächlich die Zeit gestoppt hat und erkannte, ja, das dauert wirklich so lange. Das fühlt sich nicht nur so an. Das braucht seine Zeit. Ja, aber alles und allem, wie das gemacht ist, wirklich clever gelöst. Also es ist auch eine sehr gute verwaltungstechnische Sache mit diesem Ordner. Du hast wirklich alles geordnet, also deswegen ist es auch ein Ordner. Du hast wirklich alles, was du quasi an Bord geholt hast, da. Du weißt genau, das ist das Zeug, was du hast. Du musst da nicht irgendwie das in gesonderten Bereichen der Box verpacken oder so. Machen ja andere Spiele dann gerne oder in eine eigene Tüte eintüten. Nein, du hast da alles parat und du kannst dann eben auch so Verwaltungsschritte machen, wie eben Produktionen über mehrere Spielsitzungen hinweg. Kannst du super gut verwalten damit, wenn du sagst einfach, ja, jetzt alles einfällt, weiter tüten. Gut ist. Dann bleibst du da und wartet auf die nächste Sitzung. Wenn du jetzt mal für jeden Gegenstand auch irgendwie merken müsstest, ja, der ist jetzt in Produktionsstufe 2. Naja, man, Prost Mahlzeit. Ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Offenbar ist noch eine Menge vor uns. Also, hab da in den nächsten Monaten und Jahren ja was zu tun. Ja, da ist glaube ich schon auch die nächste Kampagne in Arbeit. Dann haben wir noch eine Avalon-Kampagne, die wir spielen. Da wird uns so schnell nichts ausgehen. Bin ja auch sehr begeistert, was da so alles möglich ist. Ich find's immer wieder erstaunlich, dass ihr euch tatsächlich da durch solche Spiele durchprügelt. Also, nee, einfach nee. Nee, ich find das ja eben schön. Ich mag solche Spiele, ja. Aber, ja, wie gesagt, im Rahmen von so einem Arkham Eldridge oder so, als eigenständige Sitzung, meinetwegen auch mit einem größeren Spiel und dann auch ein bisschen Story-lastig, aber so. Ja, genau. Da sind so ein paar Sitzungen schon ins Land gegangen. Also, dann lieber ein Computerspiel. Also, das ist mir zu sehr, will zu sehr Computerspiel sein, ohne dann den Vorteil eines Computers. Das ist denn, wenn du quasi, manche Sachen sind für bestimmte Arten der Darstellung einfach nicht gemacht. Ja, aber es gibt Leute, die können mit Videogames nicht so wahnsinnig viel anfangen und ich find ja auch immer schön, vergiss nicht, was du sagen wolltest, ich find ja immer schön, wenn man dann sieht, wie das alles so analog gelöst wird, mit welchen Mechanismen dann halt eben zum Beispiel sowas wie diesem Ringbuch. finde ich eigentlich eine schöne Idee und klar. Für ein Problem, das es nicht gegeben hat. Ja gut, kann man jetzt so argumentieren. Könnte man auf der anderen Seite auch sagen, ja machen wir halt ein bisschen weniger Zeug und du kriegst einfach, je nachdem, was du da sammelst, am Ende Ressourcenpunkte, die schreibst du dir auf und dann kannst du dir das und das einfach kaufen, dann hast du das und gut, es machen genug andere Spiele auch so. Also klar, aber ist halt eine nette Idee. Ist halt eine andere Herangehensweise, eine eigene Welt, genauso wie die Spielebücher auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind dann vielleicht, weil einfach Videogames das besser könnten. Aber es ist halt so. Die Vinylplatte gibt's auch noch. Ja. Und kann mir keiner erzählen, dass das ein besonderes Musikerlebnis ist, im Vergleich jetzt zu einer digitalen oder CD. Ich glaube, das ist in 99,9% der Fälle einfach, weil die einen höheren Sammlerwert haben. Ja, es gibt ja aber Leute, die halt den besonderen Charme betonen. du wirst auch die drei Leute finden, die ein musikalisches Gehör für sowas haben, die tatsächlich dir fundiert sagen können, warum das denn auf deren Anlage tatsächlich etwas besser klingt. Keine Ahnung. Ja, ich meine, Gott, jeder wie er mag, für jeden gibt's was auf diesem Markt. Ich denk mir immer nur, manche Konzepte passen halt besser zu bestimmten Arten der Präsentation. Also sowas funktioniert für mich besser als Computerspiel. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde es als Videogame deutlich besser funktionieren, ja. Aber wahrscheinlich würde es als Videogame auch nicht dann sowas, dann würde es vielleicht nicht so beachtet werden. Ja, dann wäre es halt nichts Besonderes wahrscheinlich. Dann wäre es halt eins von vielen. So ist es halt, ich meine, gut, ist es im Moment ja auch eins von vielen. Mittlerweile die Nische, die ist ja mittlerweile auch sehr breit bevölkert. Also es gibt ja, also ich weiß doch, so die ersten, ich weiß nicht, ob es eines der ersten, die ich wahrgenommen habe, 7th Sea, glaube ich, müsste das gewesen sein. Das war ja doch auch sehr gehypt und so. mittlerweile gibt es ja doch relativ viele Spiele, die so in diese Richtung gehen. Meinst du 7th Continent? Ja, genau, das meine ich. 7th Sea ist ein Rollenspiel. Ja, ja, genau. Und Trading Guard Spiel dazu. Ja. Ich kann dir auch sagen, warum ich 7th Sea gesagt habe. Warum? Weil ich vor der Aufnahme die BGG-Liste von vor 20 Jahren durchgegangen bin. Auf der Suche nach einem kann man mal wieder zocken. Ach ja, das fehlt ja noch. Da bin ich über 7th Sea das Kartenspiel gestolpert. Das wolltest du jetzt aber nicht nennen, oder? Nee, habe ich nicht gespielt. Aber deswegen hatte ich jetzt gerade noch 7th Sea im Kopf statt 7th Continent. Ja, aber klar, das ist eben so eine Sache, muss man mögen. Aber ich finde auch diesen haptischen Aspekt sehr schön, wobei Miniaturen da echt nicht nötig sind. Du hast das. Das Brett ist ohnehin sehr abstrakt. Ist ja halt eher so ein Bereich, in dem du bist. Also so eine Gegend. Also in irgendeiner Ebene, in irgendeinem Höhlensystem. Das ist klar, die sind miteinander verbunden und bei jedem Ort kann man eine gewisse Dinge machen. Und wie gesagt, wenn du halt gewisse Sachen irgendwo machst, kann das auch an anderen Orten neue Optionen freischalten und so weiter. Aber tja, du bräuchtest da keine Miniaturen. Die sehen schön aus, aber die sind da ja noch nicht mal an die Charaktere großartig gekoppelt. Du hast ja viel mehr Charaktere, als es Miniaturen gibt. Es gibt mehr als jetzt nur 4 und die sind auch nicht fraktionsspezifisch und da die alle sozusagen Raumanzüge haben, in irgendeiner Form kann man die auch immer jedem Charakter zuordnen. aber müsste es eigentlich nicht haben. Klar, noch ein bisschen Übersichtlichkeit, wo dein Länder gerade steht und so, da kann ich das noch verstehen, da der hat auch eine Miniatur. Also ein Länder ist immer das Raumschiff, mit dem man vom Mutterschiff auf dem Planeten oder sonst wo hin düst. Das klingt erstmal plausibel, ja. Ja, weil damit das nicht die Leute mit Ländern verwechseln, also Bodenbereich und so, also es geht um den Lander. Den Lander. Genau. Ja, auf jeden Fall da. Lander Larissian. Genau, es gibt manchmal auch Bedrohungen, dass da irgendwelche Monster, Roboter, was weiß ich, kommen, da kannst du eine Miniatur hinstellen. Die brauchen auch tatsächlich irgendeinen Spielstein, wo die gerade in welchem Gebiet sind, weil die können sich ja auch verfolgen oder sonst was. Aber, wie gesagt, könnte man auch mit einem Chip oder was weiß ich machen. Aber will ich nicht schlecht machen. Aber da ist das nochmal eine andere Sache. Aber ich mag eben auch dann die Würfel und das Besondere, dass man eben diese Customized Dice hat, die man dann eben sich extra ausgesucht hat für seine Fraktion und dann immer neu entscheidet für die Proben, welche nehme ich und so weiter. Also es ist einfach ein anderes Flair. als Computerspiel wäre es schneller, aber es würde nicht so viel hermachen. Du hast da halt unterschiedlichste Karten, die du in der Hand hast, die genau angucken muss. Wenn das einfach nur eine Fähigkeit wäre, die du dann einklickst, das wäre ein bisschen witzlos. Das müsste halt dann wieder auch eine andere Spielart sein. Das ist irgendwie so eine Sache in Zwiegespalten. Also Videogame würde das deutlich schneller machen, aber da das ja auch immer noch ein relatives Verwaltungsspiel ist, sag ich mal. Du machst ja jetzt nicht actionmäßig, dass du da jetzt wirklich von Höhle zu Höhle hechtest und so, sondern du machst dann halt gewisse Proben, weil du Aufgaben erledigen musst und spielst Karten, um dann die Probe zu modifizieren und so weiter. Also klar, das ist halt immer noch Brettspiel und du hast Bewegungspunkte. Ja gut, aber du kannst, das ist ja, ich meine, Rundenstrategie ist ja nun mal ein Klassiker. Ja, also ist vielleicht auch ein bisschen so aus der Mode gekommen. Definitiv. Klassiker, aber auch ein vergessener Klassiker. Aber nicht XCOM oder sowas halt. Das klingt, was ich an XCOM gespielt habe, ist aber deutlich anders. Also da bist du ja wirklich, da bist du ja eher so Tabletop-mäßig unterwegs. Ich gehe jetzt hinter der Mauer in Deckung und werfe dann da die Granate hin. Ja, so ist das ja gar nicht. Das ist ja mehr so, jetzt bin ich in den Höhlen und dann gehe ich weiter in die Hochebene. Ja, aber bei XCOM hast du ja auch den Part, wo du halt deine Truppen aus, also deine Leute, also das ist ja auch die einzelnen Charaktere, die dann halt auf dem Durchlauf der Posten sind und so. Ja, stimmt schon. Ja, kann ich verstehen, aber ich würde jetzt sagen, das hat schon seinen gewissen Charme, das als Brettspiel auch wirklich zu machen. Also das, deswegen, das ist ja auch ein Reiz, deswegen mache ich das auch. Ich spiele auch Videospiele, derzeit übrigens Final Fantasy 16, auch schon ganz schön groß geworden. Aber darum soll es ja jetzt hier nicht gehen. Du wolltest noch deinen, kann man noch mal Zocke nennen, oder? Bin ich mal gespannt. Ich, Gott, ich hoffe jetzt, ich bin mir sicher, dass ich das noch nicht auf der genannt hatte. Wir müssen demnächst irgendwann mal wieder abgleichen, was schon alles dabei war, weil ich bin mir bei dem einen oder anderen Titel, den ich mir rausgesucht hatte, nicht ganz sicher. Aber bei dem bin ich mir relativ sicher. Gott, jetzt habe ich den Namen richtig hinkriegt. Heißt, glaube ich, einfach nur Herr der Ringe? Das ist eines der ersten Koops. Das? Das ist Herr der Ringe, die Gefährten, glaube ich. Nee. Heißt einfach nur Herr der Ringe? Das heißt einfach nur Herr der Ringe, das Brettspiel. Und hinterher gab es dann die Feinde, glaube ich, als Erweiterung. Aber die Gefährten, das ist ja eh ohnehin, die sind ja alle Bücher. Die Gefährten ist ja nur der erste Part, sozusagen. Ja, ich, ähm, genau. Ja, kam mir so in den Sinn, als ich die Liste durchgegangen und habe gesagt, ach, guck mal, da habe ich gute Erinnerungen dran. Ich meine, ich weiß, wahrscheinlich wäre das kein relativ böses Erwachen aus moderner Sicht, wenn man das mal wieder spielen würde. Dennoch kann man nochmal zocken und dann... Aber ich fand, ich verwinde da sehr schöne Erinnerungen mit. Vielleicht auch, weil es so das erste Koop war, zumindest das erste Koop, das ich bewusst gespielt habe. Ich glaube, ich kann mir entsinnen, dass es bockisch schwer war, vor allen Dingen auch super glückslastig, also eher glückslastig, dadurch schwer. Also man braucht schon sehr viel Glück, irgendwie überhaupt weiter. Das war auch sehr rudimentär, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau das hatte. War es nicht sogar so Felder, die man lang laufen musste, fast wie Roll and Move so? Also ohne Roll, aber Move. Ja, genau. Also, um es mal runterzubrechen, du hast dich als Gefährten-Trupp mit den Hobbits durch die Lande bewegt, hattest verschiedene Spielfelder, die du erfüllen musstest dann immer und auf denen gibt es dann tatsächlich mehrere Leisten, auf denen die Charaktere voranschreiten können. Es gibt eine Hauptleiste, wenn die voll ist, geht die Story weiter, geht es also zum nächsten Brett, aber dann gibt es noch so Nebenleisten, die du brauchst, um besondere Ziele zu erfüllen, die du halt auch da hast, sonst gibt es irgendwie auch Strafen. Und das Ganze wird getrieben über einen Kartenmechanismus, dass du eben Karten abschmeißt mit gewissen Symbolen, um dann eben auf diesen Leisten voranzukommen, Gewinne zu machen oder auch Gefahren abzuwehren. Und dann ist das auch immer so eine Sache, das ist dann wirklich ein schönes Koop-Erlebnis, wo du dann sagst, ja gut, jetzt müssen wir hier drei Schwerter hin zusammenkriegen, um das abzuwehren und dann sagst du dir, ja, ich habe jetzt hier diese schöne Doppelschwertkarte auf der Hand, aber die habe ich mir da eigentlich für was anderes gedacht und aufgehoben und so weiter. Kriegen wir nicht auch irgendwie anders hin oder nehmen wir nicht doch die negativen Folgen in Kauf und so weiter. Gewürfelt wurde da auch, du hast da noch so eine Reise, also einer ist immer der Ringträger, tatsächlich kann der wechseln, hat es im Original ja auch kurzfristig. Und dann gibt es halt so eine Statusleiste sozusagen, wie weit der jeweilige Hobbit ins Böse gezogen wird und Sauron auf der anderen Seite rückt auch durch gewisse Ereignisse immer näher und wenn die sich halt treffen, ist es vorbei. Also wenn Sauron mit dem Hobbit des Ringträger, also der Hobbit, der gerade Ringträger zusammentrifft, dann hat er den halt sozusagen geschnappt, korrumpiert, was auch immer. Ja, und es ist rudimentär in der ursprünglichen Version auch eine fragwürdige Optik, also die Ikonografie war so, also die ganzen Symbole sahen eher so nach Kinderspiel aus. Leider. Also da musstest du halt Herzen und Ringsymbole und so weiter sammeln aus so großen Chips und die sahen eher am Anfang. Also ich habe noch die ursprüngliche Version da. Bei Gelegenheit können wir die mal zeigen. gespielt habe. Ja, das Spiel hat hinterher nochmal eine optische Aufpimpung bekommen. Dann sahen die nicht mehr ganz so so kindlich aus. Also gar nicht mehr A. Genau. Ja, aber ja, das ist tatsächlich, ich glaube, es ist das erste kooperative Spiel, was ich gespielt habe. Also vor Pandemie. Definitiv, definitiv vor Pandemie. Also ich weiß noch, wo die Pandemie dann so mehr oder weniger frisch in den Laden kam. Und das dann auch so genannt, ja, alle gegen das Spiel und so. Neues Konzept sozusagen. Ja, das ist, das lief so ein bisschen, also das Herr der Ringe lief so ein bisschen so unterm Radar, was das anging. Ich weiß nicht, ob eventuell Camelot. Camelot ist tatsächlich älter als Spiel, aber ich habe es nicht vor Herr der Ringe gespielt. Das habe ich erst viel, viel später gespielt. Aber ich wollte ja sagen, Herr der Ringe ist das erste kooperative Spiel, was ich gespielt habe. Ich habe gerade überlegt, was noch davor gewesen sein könnte. Camelot, ja, weil er ist ja auch da und so, das ist ja nicht rein kooperativ. Ja, das wäre auf jeden Fall mein, kann man mal wieder zocken. Also würde ich tatsächlich mal wieder, das wäre so ein Kandidat, da hätte ich echt mal Bock drauf. Ja, wir müssen tatsächlich, wenn wir das auch immer so sagen, kann man nochmal zocken, dann müssen wir ja auch mal wieder zocken. Also wir müssen tatsächlich, vielleicht machen wir ein größeres Event, so ein Wochenende und gehen mal alle durch, so mithören. Dann können wir mal, dann können wir mal so ein Rückblick. Mastermind, wir machen das große Mastermind-Wochenende. Ja, Mastermind kann man sehr schön mal so zwischendurch einschieben. Ja, aber auch dann, Mastermind wird ja es gut, wenn man so 40, 50 Partien miteinander wegzockt. Auch ja, Wenn du auch wirklich das Mindread ist dann. Genau. Er hat jetzt schon fünfmal blau genommen an der Stelle, das macht er jetzt nicht nochmal. Oder macht er genau deswegen extra nochmal blau. Aber er denkt, dass ich denke, dass er denkt. Ja, solche Sachen. Ja, kann man tatsächlich nochmal zocken. Ich habe es hier mit der Erweiterung die Feinde, gab es dann auch nochmal eine Option, dass man eben Feinde besiegt und dann sozusagen gar nicht mehr den Ringen ins Feuer werfen muss, was wirklich sauschwer war. also überhaupt da bis zum Ende anzukommen. Das ist nicht so leicht. Ich überlege gerade, wir haben es mehrfach gespielt. Ich weiß nicht, ob wir es jemals gewonnen haben. Ich weiß, dass wir es definitiv gewonnen haben, aber ich weiß, ich wüsste jetzt nicht, ob wir klassisch gewonnen hätten mal mit dem Ring ins Feuer werfen. Wenn vielleicht ein, zwei Mal mit Glück. Aber nicht so, also der Regelfall mit den Feinden war dann so, dass du die Feinde besiegst und darüber dann deinen Sieg erringst. Also, aber gut. Glück ist halt so eine Sache. Ist halt kartenbasiert und man muss sich auch entscheiden häufig. Geht man auch den Hauptweg oder nimmt man auch die Boni mit? Die meisten Korps haben einen durchaus nicht unwesentlichen Glücksaspekt. Ja, aber gut, da ist auch nicht so wahnsinnig viel Spiel dran und da werden die Karten ausgeteilt und dann geht es halt nur darum, die Ressourcen zu managen und zu entscheiden, mache ich das Nebenziel oder lasse ich die negativen Dinge passieren? Ich weiß nicht, zum Beispiel, Spirit Island ist zum Beispiel pure luck. Null Skill, alles luck. So sieht es nämlich aus. Ich habe nur Glück gehabt in all meinen Partien. Genau. Ja, du hast einfach so lange Videos aufgenommen, bis es endlich dann mal geklappt hat. So sieht es aus, genau. Nein, so sieht es tatsächlich nicht aus. Es dauert das auch immer so lange. Nicht hier Aufnahme verpatzt, weil Spielfehler oder so, einfach nur nicht geschafft. Ja, genau, so ist es. Nicht anders. Ich spiele einfach so drauf los und erhoffe darauf, irgendwann mal per Zufall zu gewinnen. Ja. So macht man ja das. Ja, äh, ich würde mal sagen, wir haben das Ende dieser Folge erreicht, oder? Wir haben jetzt frisch hier Disney Plus uns angelacht und es gibt viele Sachen zu gucken. Das jetzt, wo es quasi dabei ist zu sterben, da lacht ihr euch das an. Ja, nochmal alles mitnehmen. Ja, bevor es für immer im Äther verschwindet. Genau, dann geht es halt zum nächsten. Ja, äh, ich würde mal sagen, vielen Dank an alle, die das hier bisher jetzt verfolgt haben und vielen, vielen Dank an alle, die diesen Kanal unterstützen. Wenn ihr auch Unterstützer werden wollt, findet ihr es in der Videobeschreibung auf YouTube. Ansonsten, viel Freude beim Spiel und schreibt gerne in die Kommentare, äh, was ihr jetzt so zum Spiel des Jahres, so, halt, ob ihr noch darauf im Laufenden seid oder nicht. Würde mich mal interessieren, ob das so allgemein ist oder ob wir nur so alleine davon driften wie einsame Satelliten. Ja, und dann, bis zum nächsten Mal. Ich schwimme jetzt mal weg hier. Bis zum nächsten Mal.